halli hallo mein lieben homies willkommen zurück zu einer weiteren und neuen tagesquests von der sesquid origin so ich habe schon mit räder gesprochen und wir sollen jetzt erst mal das zielgebiet erreichen und das werden wir jetzt natürlich auch erst mal machen immer gespannt was uns da erwartet töte die krokodile alles klar das werden wir machen gehen wie immer eiskalt direkt drauf das hat wieder nur ein krokodil oder was und bei eckmann fertig jawohl ja sowieso mit räder sprechen können wir uns direkt dahin wie ihm ja super sparen wir uns ein bisschen zeit ja da war ja wieder nicht so eine allzu lange tagesquist aber so ist das nun mal ne ich suche mir die ja nicht aus so da reden wir mal mit räder und dann schauen wir mal ob wir gekommen hallo räder was mache ich mit der waffe die er schon bezahlt hat ach dummer räder nimmt du sie mal her du brauchst sie schließlich dringender wo du doch noch lebst und ein weiterer bogen nicht nice night ja schön so aber eins noch einen moment wo man mit unserer reittier ich habe letztes mal falsch ausgesprochen da möchte jetzt erstmal klar stellen so unser reittier ist genau von final fantasy genauso hat schwert und das schild unsere reittier ist ein schokobo so ich hoffe jetzt habe ich das richtig ausgesprochen dann ist dann nämlich bescheid eigentlich haben nur zwei füße aber unser vier füße ist halt so meine lieben homies ich bedanke mich fürs zuschauen und sage bis zur nächsten tagesquist auf wiedersehen